bieber frau bieber frau ja ja auf jeden fall herzlich willkommen zu grounded mit der daniel und der nick akau dass das sind die zwei und beide stehen in der description wir müssen ja noch ein bisschen wach bleiben ich habe hier in der kiste für jeden eine überraschung jeder kiste zwei stecks wegnehmen aller das ist das ist mal zeit aller das leben für die massen da jetzt mal ohne flachs mit tipp an alle leute dieses spiel spielen es muss ich sind mega der börner alter auf jeden trinken und energie zurück der mann und da unten ist ladybock recht sollen wir schlafen oder sollen wir das klatschen können nicht oder in zehn minuten ja zehn minuten sind wir zu lang sind euch auch zu lang ja klar das nicht mehr lange soll meine freund kiefer von hinten hat denn jemand gelootet den dings ja habe ich aua ist es betäubt ja mit dem ausdauer free wie ich damals die attacke ist zu op alter ja gut aber wenn man schnell genug rauskommt geht es miese ist halt dass man kurz gestand ist ja noch die pfeile mit war egal jetzt hast du sie okay haben wir den ladybock ja haben wir ne ja habe ich kam raus dann lass den pennen gehen oder ja und wir müssen noch worker 1 töten noch sieben stück wenn wir welche so und letztens voll den riesen haufen zerstört ja das war bevor wir die angenommen haben und einen kopf brauchen wir noch vom ladybock habe ich habe ich habe ich einen ja genau zum analysen oder brauchen wir zwei oder ein ne wir brauchen nur einen zum analysieren der rüstung haben wir oh mein spiel ist hängen geblieben echt jetzt so wie du ja du bist auch weg tatsache das klingt bei mir auch passiert dann lass mal ihn schlafen schlafen hups ja kannst du überhaupt join ich probier ich bin auch gejoinend vorhin mein game ist auch abgekackt echt ich bin einfach gejoinend keiner hat gar nicht mitgekriegt nur löschen nick der staff joiner merke ich hätte einfach nichts sagen sollen ja ist das die ganze aufnahme aber ich glaube wenn ich nicht dabei gewesen wäre hätte man gemerkt ja auf jeden das heißt bei mir hat man auch gemerkt auch wir warten auf daniel ja genau hättet ihr auf nick gewartet oder nur auf daniel das ist auch noch in folge 1 da war es ja gar nicht ja auch gott flex da rein ja nice habe ich mir jetzt noch ein paar pilze in die tasche und dann können wir mal wegen los ja wir brauchen halt die blüten dinger ne ach was ja blüten sind hier hinter dem holz da vorne ja nick wie viele shells hast du aus dem ladybug gekriegt zwei aber da sind noch vier drin ne in der kiste die deiner ne die habe ich auf tasche die vier also wir brauchen jetzt da noch vier stück ok was ist das steine in dem spinnennetz ja weil wir die beworfen haben bestimmt er kann gut sein aber ich komme nicht zu dein verstand um ein trug ist das wieder bett als bett haben wir ja schon ja aber werkt man gut marka vielleicht sogar noch ja auf jeden monot lauer ist dass wir die blüten ja ja genau wofür brauchen wir die für die rüstung ah ok tatsächlich ja komm herr du waka and oh vor daneben ah dieser club ist einfach zu krass gut er ist auch riesig ne und achte mal die ameis hat mich getroffen und nach drei sekunden war ich wieder voll wo ist spider ach dahinten ja ich hab die füße schon ja hat jemand 50 pfeile hat man zu viel ist das zu viel hast du echt 50 pfeile er hat jemand oder ist das zu viel ne aber nick hast du den kopf noch bei guck mal da kannst du direkt anna leiden aber spinne zwei spinnen oder ne 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 eine anna leist du mal und wir klatschen weg aber warum kann ich das jetzt das war aber das ist immer weil du nicht ich meine auch doch hat zeigt egal ich habe ich so du ob du zu zweit bist du ja klar die sind echt glaube ich die spinnen wir haben in den parts zu zweit haben wir fast nur rasiert ja man das war krass auf diesen baum ich empfehle euch wenn ihr darauf geht diesen perfekten schlag zu machen dass wir immer blockt dann kurz blocken los lasst und direkt wieder drückt ja Stimmt das ist eine gute taktik Stimmt das ist eine sehr gute taktik wo wollen wir überhaupt hin Nächste spinne ich hab sie einfach gedowned alder ich hab sie einfach gedowned alder schbam wir sind ein bestes team wir sind kein gutes wir sind ein bestes es ist echt schön mit euch der kann ich immer nur wieder wiederholen äh jaaa haben sie was anderes erwartet natürlich nicht weil wir die killen ja ne brauchen wir ja ich muss einen schluck tränken wo komm her du alde zicke yo die macht autoscooter nach unten der rennt ja mega weg hä ne der ist hier noch oh oh hä oh mein gott ah ja der ist bei uns weggepackt ja klar der lady weggepackt alter oh wow wow das ist ok der lady natürlich lockt äh ja ich hab ja aus mofis ohne ende wie viele parts hast du rausgekriegt äh 3 ja nice hat noch jemand qualen äh einen hab ich ja gerade aufgehoben perfekt ich brauch genau einen hier oder äh drop it like it's hot 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 ey wie repariert man seine keule die schlange die schlange ja mit quarts aah die war mit quarts richtig äh nein wollten wir nicht ganz woanders hin eigentlich keine ahnung den ladybugs suchen ja ja aber aufm weg zum bush da oder nicht achso naja falsch ne komplett falsch ja zum haus ja naja geht ja ok ah ne wir sind da lang gegangen wegen den ähm blumen ahja genau stimmt haben wir da überhaupt genug von wie viel hast du jetzt ich hab blüten sechs stück scheiße dann fehlen noch zwei aber da vorne kommen nochmal welche hier vorne sind auch wieder blumen ja alles richtig gemacht also ich meine es waren zwei warte mal ich guck lieber nochmal eben schnell äh gib mir das trinken trinken sechs stück brauchen wir nein daniel hä 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 20 smoothies gegeben alter ja die bringen aber 7 und kein Durst digga doch bisschen ja 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 wird Zeit dass du auch so ein Ding für äh für Wasser kriegst digga mal guck mal hier liegt auch nen Nektar nimm doch den einfach echt mal die scheiße alter ich bin auch voll du bist ja ein surviveler alter hub der hier rum ich bin der krasseste surviveler ich bin eine frau ich bin eine frau ich bin eine frau was soll das denn heißen deine zu Bienen alter was sind's oder ne das sind noch das sind noch keine wow ey der hat was im Bauch dann sind es halt Fliegen mit Nektar das sind Fliegen die tragen Nektar rum lass die abballern lass die alle abbauen ich verbreit sie was alle verfolgen wait what da ist ein da ist ein äh 17 blumen hallo Spinny hallo Spinny 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 was ist das für eine scheiße Angriff für Sparta perfect block in your face Spinne Boah wie die Spinne denkt sie könnte was my man was denkst du wer du bist hey was glaubst du eigentlich mit Webu redest what was glaubst du wenn ich hier anschreiß also die Spinne kommst du da hoch? ne ne kommst du über mich da hoch? Räuber Leute wie in the waters Digga wir machen das ne ich glaub da kommen wir glaub ich nicht hoch wer weiß wir müssen da wo das Spinne Netz war schalalalala machen wir jetzt ist kein Problem aber hey kids you ready? ja oh wie kacka Käfer ja und der macht bestimmt kacki kacka ja und der macht bestimmt kacki kacka verkeck dich du stinker verkeck uah keck ihn weg den keck eke uah kömpfe Ja Tier kacki bank mach dich weg du kack Kas uah waa der war scheiße uah ha also ja man man da Sön fوا das war ihr aseg Ihr seid in Abo-Laune und Müller-Beschreibung. Da steht ein Link, Alter. Ich hab übrigens keine Axt mehr, ne, zum irgendwie was abraten. Ich habe keine Axt mehr. Äh, brauchst du... Ja, wir brauchen für die Werkbank hier dieses Gras. Ganz normales Gras? Ja, ja. Mach ich. Jawohl. Ich weiß nicht wie viele gerade, aber das muss... Ja, ja, ich nehme einfach schon mal mit. Weil da darunter liegen eigentlich keine, weißt du? Aber ich meine die 5 reichen. Ja, da oben ist ja schon, ne? Ja, wir haben auch noch gar nicht genug Marienkäferteile, ne? Nee, aber wir sind ja auch noch nicht da. Da ist einer! Geste! Ich finde Marienkäfer klingt schöner, ne? Passender irgendwie, ja? Ja. Warum? Weil man es gewohnt ist. Ja, schon, ja. Hey, Ladybug heißt so eine Serie auf... Hält sie aber bestimmt, oder? Ladybug. Die Serie. Captain Mungwa und... Ist das eine Kochshow, wo Ladies backen? Nein, das ist so eine... Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht, oder? Hast du den gelootet, Daniel? Ich glaube, ja. Ist so eine Serie... Ja, ich habe fünf Shells. Ja, nice. Du hast fünf, ich habe vier und Nick. Wie viele hast du? Ich habe eins. Nee, ein Kopf und fünf Shells. Ja, reicht. Reicht. Reicht wie reicht? Ja. Okay, let's go. Marcel reicht, Raninski. Reicht? Nehmen wir den noch. Ja. Will ich. Wir können hier hoch? Namen sind bei mir so eine ganz gefährliche Sache, weißt du? Beim Aussehen ist es perfekt. Wir können hier hoch? Oh nice. Oh, ich bin runtergefallen. Ich komme da nicht hoch. Fakt der und kommt hoch. Ne, aber weiter kommen wir nicht da, oder? Weiter. Ah, das ist immer noch der Plan, ne? Ja, ja. Ah, cool. Very nice. Fakt, ich bin runtergefallen. Aber jetzt sind wir hier hinten. Sollen wir uns dann hier auf dem Stein noch ein Bett? Ja, aber da kommen wir auch hoch, ne? Wie seid ihr jetzt? Ja, da hinten ist das Laboratorium. Deswegen sollen wir uns dann hier nochmal ein Bett aufbauen eben. Ja, Bett ist ja das kleinste Problem. So eine Werkbank und ein Bett, oder was? Ja. Ne, das kleinste Problem sind wir... Wir sind das kleinste Problem der Umwelt. Also das kleinste Problem, da... Hatten wir noch von den Blättern? Nein, zwei Stück. Äh, eins und hier unten sind halt... Ja, perfekt. Wenn einer zwei hat und einer eins. Ja, zack. Dann erstmal respawn point. Noch drei äh, Graspullern. Ja, da haben wir ja hier noch. Mach den respawn hier. Respawn. Ja, ja. Würde ich schon sagen. Ach. Hm. Na um, na um. Pilze. Na um, na um. Pilze. Ja, läuft doch. Dann können wir nämlich gleich da versuchen, mal hochzukraxeln, wenn ihr eure Rüstung habt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Viertelstunde. Ja, warten. Gehst du? Vielleicht? Noch? Äh, weiß ich nicht, ob wir dafür alles haben. Vielleicht für den Kleinen, ja. Den Kleinen können wir bauen, ja. Räuchte. Nice. Äh. Obwohl, da brauchen wir die drei... Äh... Ich geh ihm runter und hol runde Dinger. Ja, nehm doch einfach meine. Hast du keine Axt? Hast du noch welche? Hallo, hast du wieder? Ah ne, stimmt, ich hab keine. Null. Gut, dass du was sagst. So, dann nehm doch meine runden Dinger. Nick. Ja? Magst du die runden Dinger holen? Ja, kannst du aber meine nehmen. Ja, die... Okay, damit kann ich aber nichts wahren. Ich verstehe jetzt erst, was er meint, Alter. Ah. Wo sind die denn? Ja, warte mal. Ich kann ja in der Zeit schon mal... Hier hinten kann man doch wieder runter gehen, wie wir hochgekommen sind. Ja, hoch runter ist eigentlich meine Stellung. Jetzt ist er on fire, Alter. Hehehe. Des hoops is on fire. Alter. Nick bei dir auch immer so laut direkt? Ja, aber ich hab ihn leiser gestellt. Das ist extra so. Das ist ja... Was, jetzt geht das nicht? Der... Er hat schon mindestens drei Boxen zerstört. Hehehe. Ey, keine vier? Stopp. Ne, so bist du nicht. Boah, das nimmst du jetzt zurück. Du hast gleich so... Boah, nee. Nein, Hubsi, du bist die Beste. Also, Nick, du bist... Du bist... Super, aber Hoops ist die Beste. Die Beste. Die Beste. Ich hab ihm gesagt. Das ist süß. Dafür gibt's heut Abend Belohnung. Wollt ihr euch die selber bauen, die Beine? Oder soll ich die bauen? Ne, mach du nicht. Dann packt mal eure Parts und die Blütendinger hier rein. Sag mir nicht, was ich zu tun hab. Bro. Könnt sein, dass ich einen Kopf verloren hab. Also, dann bauen wir mal eins und... Ey, da oben ist was im Baum. Eine Antenne. Ernst bin ich. Ja, genau. Lass mal da hochkraxeln. Das ist bestimmt schon die Nase. Ja, aber erst, wenn die Dänke fertig ist. So, Rüstung ist fertig. Ja. Machst du auch in die Kiste? Danke. Ja, ist drin. Jetzt in die Kiste. Danke, Ingenieurbrille. Ja, ich hab auch mal was Sinnvolles getan. Wie sieht's aus mit euren Schmutz? Habt ihr noch genug? Ja, ich hab noch 16 Stück. Danke, Alter. Hab ich auch. Nein. Hat jemand Quarz? Ist ganz wichtig. Äh, nope. Nein. Boah, esse. Ist dein Knüppel auch fast kaputt? Ja, es geht noch. Aber dafür brauchen wir ja nicht die Station. Das können wir ja nebenbei machen. Ja, wenn wir den Quarz finden, ne? Oh, nee. Kakaapupu. Angriff! Oh. Schlag! 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 Ich bin hängen geblieben. Da! Richtige Keule auf dein Kopf. So hässliches. Etwas. Banane. Alter, du musst einfach nur die rechte Maustaste spammen. Ja? Dann machst du auch perfekte Blocks. Okay. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Was? Wenn du schlägst, kannst du aber nicht direkt, äh, äh, rechts richtig. Guck mal, da kommen Beere runtergefallen, Alter. Ja. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Wir müssen, wir müssen mal gucken, wie wir da drauf kommen. Ja, wir haben Pilz. Pilze sind Helfer und Freunde. Ja, wir müssen auf die Röhre drauf. Wir müssen auf die Röhre. Ja, ich sie hier hoch. Bam. Bam. Meinst du? Jo. Da ist eine Spinne. Ah lol, okay. Krass. Boah. Ich hab keinen, äh, Pusteblumen, ne? Also ich hab mich nur ganz leicht gespoilert und gesehen, dass einer, boah, meinte, man kommt da irgendwie rein, indem man da, boah, fuck. Ich hab keine Pusteblumen mehr. Ich hab eine zum Glück, sonst wär ich jetzt tot. Ja, ja, tragisch. Nee! Nee! Alles gut, Wittner. Aha. Ich kippe. Ja, wie seid ihr hier drüber gekommen, Alter? Ich fall hier einmal runter. Das ist doch Brille. So. Ja, irgendwie... Nee, das ist aber bestimmt nicht so gewollt, Alter. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich überhaupt nicht, Jungs. Wow. Ja, irgendwie muss man da drauf kommen. 100 Pro. Ich habe gesehen. Okay, okay, wow. Oh, je, je, je. Hallo, Brille. Äh, Dani. Ich versuche gerade herauszufinden, wo das war. Deutschland? Irgendwo ist... Haha. Geo-Guessler. Ja. Ich hab ja mega Bock drauf. Das sah echt spannend aus. Oh, nein. Der hat eigentlich gewonnen, das Battle? Ihr habt ja Talents gemacht, oder? Äh, international. Äh, der gute Reich. Also europaweit. Und das... Hier, ich bin drauf. Sau easy. Echt? Ja. Sag noch mal so easy, Alter. Sau easy. Wie bist du da rausgekommen, Alter? Oh, ich mag ich fliege. Ganz am Anfang hier. Komm wieder zurück. Ja. Ich bin runtergefahren. Ich komm. So, hier ist Hills. Und dann... Da. Äh? Äh? Ja, genau da und dann. Loll. Weiter noch ein bisschen. Noch ein bisschen weiter. Bilder rein. Ja, da hoch. Und jetzt. Loll. Quasi da hoch. Hier, hier. Aber man darf nicht sprinten anscheinend. Also, als ich sprinten bin, hat es nicht funktioniert. Ja, nicht, dass wir dann gleich da drin gefangen sind, ne? Ne, ne. Wir kommen da wieder raus. In der Star Wars Station hier, Anna. Ja. Schon geil, das Teil, oder? Ja, 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 ja. Mein Teil ist auch geil. Ich hab zwar keins, weil ich hoch bin, aber... Hätte ich eins, dann wäre es geil. Ja, und das war Klaas. Wir können ja mal versuchen, ganz hoch zu gehen. Also, ich weiß nicht genau... Da ist eine Spinne drin! Da, guck mal, da. Auf der Seite ist es offen. Seht ihr das? Da wo? Bei dir, oder? Ja, ja. Da ist es offen. Ja, hä? Hier rüber? Hier? Ja, ja. Ach, da! Hä? Ja, das ist doch easy. Komm weg! Hä? Bist du da? Hä? Hier unten und da hinten ist der Eingang. Ja, da kannst du ja auf den... Ja, aber da waren wir doch drin. Da geht es doch nicht weiter. Ist das der, wo wir drin waren? Ja, ja, das ist genau da, wo wir drin waren. Ja, es gibt aber noch... Dann gibt es noch einen Eingang. Es gibt noch einen Eingang. Da ist der Eingang so gesehen an der Seite von der Röhre. Also, glaube ich. Ist ja zu da vorne, ne? Ja, ja. Okay. Ja, dann waren wir da schon drin, dann war das ein anderer Eingang. Da müssen wir echt weiter hoch kraxeln. Und ganz oben ist auch nochmal was ganz cooles. Ich glaube... Ja. Halt immer noch, dass es irgendwas mit der Story zu tun hat. Dass wir halt erst diese Points finden müssen, wie Birgle von uns erwartet. Und dann irgendwann anders halt da rein können. Oh, apropos Birgle. Ich hab auch so einen wunderschönen Birgle-Point hier. B-b-b-b-b-b-b-nice. B-b-b-b-b-nice. B-b-b-b-b-nice. Da oben ist auch irgendwo ein Dings. Da oben im Kopf nochmal ein extra-Laboratorium Ja, das ist ein楕-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Nein, Brille Du N Hu! Geflogen?! P-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-'b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Ihm wieder auf dem Ding drauf. Toll, läuft. Ah! Daniel, hast du noch so einen Pusse? Nee. Also wenn du runter fällst, bist du tot. Meinen ist auch gerade kaputt gegangen. Da ist ein Babyspin drin, ne? Ja. Ja, nicht nur das, auch große. Aber es gibt auch so einen Observer-Room, wo man den ganzen Garten überblicken kann. Und da kommt man hoch, indem man irgendwie hochkraxelt und dann oben über irgendeinen Stock weiterkraxelt. Und da ist dann so eine Tür, die geht auch auf. Und dann kann man den ganzen Garten überblicken, das sieht so geil aus. Jedenfalls scheint Kraxeln der Weg zum Erfolg zu sein. NEIN! Ja. Hahaha, nein. Guck mal, wo ich bin. Wo bist du denn? Ich bin ganz unten. Das ist so... Ja, wie ist die Frage? Ist das hier möglicherweise sogar der Fallen Oak Branch? Nee, ich glaube nicht. Der Scheiß. Ich glaube der Fallen Oak Branch ist, wenn du jetzt auf Karte guckst, links von uns dieser fette Ast. Würde ich fassen. Mir ist gar nicht die Karte da. Loll. Ok. Ach. Ach so, die rechts quasi von der... von dem anderen Point. Ja. Ja. Ja, vielleicht müssen wir den auskundschaften. Ja, können wir machen. Und dann immer wieder die Points halt holen, die Bergen uns sagt. Aber ich glaube... Vielleicht will er dann irgendwann, dass sie hier reinkommen. Kann sein, ja. Mit viel Glück. Oh, komm mal her. Ich glaube ich habe es gefunden, wo es zu diesem Observer Ding geht. Was bist du denn? Ähm. Ja, und jetzt? Jetzt da vorne müsste das eigentlich sein. Du hast ja nur eben auf Daniel warten, oder? Ja, ja. Klar. Wenn das überhaupt hier ist. Na ja, kackst du da ja umsonst so. Warte, warte mal kurz da. Ich geh mal eben gucken, ob das aber wirklich hier ist. Ja. Jep. Es ist hier. Nein! Oh, nee. Mach keins. Nein! Nein! Ich bin hier so ein Flopster aufgelaufen. Verdammte Scheiße. Kacke. Ey, bist du jetzt die ganze Zeit da oben geblieben, oder was? Und da kommt man da irgendwie hin? Ja, ja. Du musst hier oben hin und dann gibt es hier so einen kleinen Raum. Das ist so ein ganz kleiner Raum. Aber den zeigen wir jetzt zum Abschluss nochmal, weil der ist echt... Der ist nice. Der wird euch auch gefallen. Der klein, oder ist er... Er ist klein, aber er hat weiten Ausblick. Very weit. Der kleiner als hier? Nice. Boah. Dann haben wir ja die Wochenfolgen aufgenommen. Willst du dann noch streamen gleich, Daniel? Weil Daniel findet ihr nämlich die mega geilsten Livestreams, Leute. Schleimende. Ich warte hier. Ich will diesen Raum sehen, Alter. Ich will auch diesen Raum sehen. Ich warte nicht, bis Brillest Folge raus ist. Auch wenn ich sie angucken werde und liken werde, ja. Das ist lieb von dir, dann. Wo muss ich hin? Ähm... Irgend mir nach? Warte, dass sie eben nur auf Nick warten, oder? Ja. Geh, 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 geha, 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 geha. Nein. Männer wie wir. Ich fall hier runter, dann gebe ich dir die Schuld. Euch beiden. Oh, mega vorsichtig, Leute. Wo ist denn der Kackett? Es wäre so witzig, wenn jetzt alle runterfallen würden. Das ist die Ding, die Antenne, wo ich vorhin gesagt hab, ne? Alter, er überholt mich, bist du des Wahnsinns? Ja. So, Leute, jetzt zieht euch mal die Aussicht an, Alter. Kleiner Drecksack. Nein, nicht dein Ernst, Nick. Bist du tot? Er war ein Tür zu, Alter. Bist du tot? Nee. Ey, die Tür geht nicht mehr auf. Nee. Nick, was hast du getan? Ja, gar nicht gemacht. Da hab ich's runtergefallen. Ja, aber die Tür geht nicht mehr auf. Nein, was hat... Doch, die ist doch auf, hä? Echt? Die ist doch auf. Geht ja mal zu und auf. Ach so. Daniel, das lagern die an mir. Du bist einfach nur gesprungen, weil die zugegangen ist. Boah, jetzt schwitze ich aber auch, Alter. Hier wird's gerade richtig warm drin, ne? Wie kann Daniel nicht tot sein? Er ist doch da runtergefallen. Ja, korrekt, dass er nicht tot ist. Ja, Gras hat mich gerettet. Alter, aber was, ne Aussicht, oder? Alter, da ist meine Popcorn-Tüte da drüben. Ey, hier kannst du echt den ganzen Garten überblicken. Das ist mega pervers. Das ist richtig sexuell. Guck mal, hier rechts von uns, da ist so ein voll fettes Plateau mit Wasser, wo nichts anderes ist. Doch, Gras. Ja, ja, außer Gras. Was ist... Warte, kommst du hoch, Daniel? Ja, ne? Ja, ich bin halt unterwegs. Nick, komm mal weg von der Tür, dass die nicht runterkickt oder so. Ja, das leg ich an mir. Die geht auf und zu. Digga, du hast mich überholt und die Tür zugemacht. Ja, und der Stand ist da. Teamwork. Der engste Ast auf der Welt und er springt an mir vorbei und macht die Tür zugemacht. Und war ich gar nicht. Nick, jetzt weg von der Tür da. Du hast nen Pfeil im Kopf hängen, das war ich gar nicht. Ich werd hier gemobbt. Hashtag gegen Mobbing. Kriegen wir das? Können wir das vielleicht etablieren, bitte? Ja, Mann. Wir sind eigentlich ne Community gegen Mobbing, also. Ja, ich hasse auch Mobbing, also. Nicht nur eigentlich. Ja, dann hör auf damit, ihr zu mobben. B... Brenner! Ich hau dir gleich mit meinem Schwengel aufm Kopf. Ich dachte, du bist eine kleine Seite mit meinen Groupies. Ich hau dir gleich mit meinem geschrumpften Schwengel aufm Kopf, was? Der ist ja nicht mal in der Nähe, also lass mich in der Tür stehen. I'm thirsty. Wie komm ich denn jetzt da hin? Fuck, so ist das abpassiert. Er dachte, ich hab ihn überholt und das... Ich hab ihn überholt, aber dann ist er gesprungen, weil da rein... Wo die Tür zugegangen ist. Ja, ja, ich dachte, ich hab ihn überholt. Ich meine, ja, ich hab ihn überholt, aber... Nick, komm nochmal reingesprungen, komm. Komm. Ja, ich hab es. Nicht so wie da. Guck, easy. Wie komm ich denn jetzt da hin schon wieder? Ah, da vorne ist es. Okay, erst mal. Voll abgefangen, bruh. Bruh, bruh, bruh. Findest du es? Sonst komm ich dir nochmal entgegen. Ja, ich hab die Pilze gefunden jetzt. Okay. Ist schon geil, aber da hinten ist es immer noch verschwommen, oder? Ja, aber nicht so krass wie sonst, finde ich. Man kann weitergucken. Ja, wenn du hier so drangehst, nicht, ja. Man sieht sogar uns da zuhause, da hinten ist es so mickrig. Echt? Sieht man das? Ja, wenn du ganz genau guckst, ja. Wehe, mach die Scheiße jetzt so. Nein. Ne, man sieht nur Dings, aber man sieht nicht so... Das war Buggy. Oh nein, ne. Ich bin aber schon wieder nicht tot. Nein, das war's, weil ich dagegen... Ja gut, ich würde es aber trotzdem Ende machen. Ja, wir können trotzdem gleich nur off-screen hier warten, dann kannst du dir das auch noch angucken. Mit der Scheiße mit der Scheiße! Es gibt nur eine Sache, die mir jetzt die Laune noch retten kann, Alter. Was denn? Wenn ihr jetzt alle schönen Like-Buttons ballert, Alter. Recht hat der Mann. Recht hat der Mann. Das wird uns auf jeden Fall alle freuen. Und natürlich freut es uns am allermeisten, wenn ihr Spaß bei dem Video hattet. Schaut doch mal bei den anderen beiden vorbei, die stehen in der Beschreibung, wie du gesagt... Boah, es ist schon spät, ich kann nix mehr viel reden, diese... Ja, auf jeden Fall bleibt so cool wie ihr seid und bis zum nächsten Mal, ja. Und rein! Bis zum nächsten Mal.